Liebe Freunde, die letzten Tricks, die letzten Tipps für die Klausur März 2023, Bilanzbuchhalter, Klausur 1, Buchführung. Buchführung hier nach HGB und nach ESTG. Wie ist das mit dem Arab? Der Arab wird gehandelt, der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten für das Disagio könnte in der Klausur drankommen, erzählt man sich. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mit Tipps muss man immer vorsichtig sein. Manchmal sind sie sehr gut, manchmal kommen sie aber auch überhaupt nicht dran. Das wäre nicht das erste Mal. Trotzdem möchte ich ganz gerne ein wenig meinen Senf dazugeben. Und zwar zu diesem schönen Thema des Disagios, die Auflösungsmöglichkeit des Disagios. Wenn wir ein Disagio haben, dann ist es handelsrechtlich so, dass es aktiviert werden darf, aber nicht muss. Wenn man sich reich rechnen soll, muss man es dann handelsrechtlich aktivieren. Wenn man sich handelsrechtlich arm rechnen soll, darf man es nicht aktivieren. Also der Bilanzierende hat ein Wahlrecht, aber der IHK-Prüfling, also du, hat keins. Der IHK-Prüfling muss nämlich das machen, was die IHK ihm vorgibt. Und da ist es halt so, Frage, muss man sich arm oder muss man sich reich rechnen? Und auch die Frage mit der Einheitsbilanz. Wie zählt eigentlich die Einheitsbilanz hier dann rein? Denn steuerrechtlich ist es ja wiederum richtig, dass man das Disagio in einen Arab reinstellen muss und dass man es aktivieren muss. Was aber auch hier von den Dächern gerufen wird, dass die Auflösungsmöglichkeiten des Disagios drankommen könnten, des aktivierten Disagios drankommen könnten. Und die sind, Achtung, lombierische Bauernregel, wenn der Kredit linear getilgt wird, tilge ich das Disagio mit der Zinsstaffelmethode, also gerade nicht linear. Und wenn der Kredit nicht linear getilgt wird, tilge ich das Disagio linear, also quasi gewissermaßen immer andersrum. Wenn das eine linear ist, dann das andere nicht. Und wenn das eine nicht linear ist, dann das andere doch. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? So sieht es aus bezüglich des Disagios. Und das Ganze auch nochmal dann, kleine Werbeeinwendung, in meinem Klausurwebinar zur Aufgabenstellung 1, das dann kurz vor der Prüfung wie immer drankommt. Das zum Thema Arab. Ich werde mich zu weiteren Tipps dann hierzu, die derzeit geäußert werden, dann auch in weiteren Beiträgen äußern. Ich würde sagen, viel Spaß beim Lernen.